ja liebe leute hier mit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play shadow of the tomb raider ja wir sind hier stehen geblieben bei diesen rätsel hier und ja ich muss da irgendwie die richtung hoch dann auf das bringen drauf springen und das irgendwie in der zeit mit dem verbinden ich weiß es gar nicht habe ich überhaupt die zeit und das alles hinzubekommen oder oder muss ich da hoch so ich musste wohl okay ich sehr wahrscheinlich falsch gemacht und zwar muss ich von hier aus beziehungsweise sein von hier oben darüber springen ja gut naja aus wlan lernt man und falschaden oder man fällt auch so komisch runter und glitscht irgendwie in der wand herum naja ging ja noch gut es gibt noch ein problem das ist okay ja doch es gibt ein problem und zwar muss ich jetzt direkt aufs los also ich muss aufs los ich muss aufs los okay es geht aber man hat genügend zeit also wenn man hier länger trödeln würde würde das eben nicht gehen ja wohl und wofür das ganze für so was hier wer immer es war hier bestattet zu sein ist eine ehre erhöht chancen feinde mit nahkampf angriff niederzuschlagen und für das haben wir diesen blöden kompletten aufwand ja gut das gold ich denke für das gold ach so hier kommt man schneller raus oder wird modeströmung interessiert mich ja überhaupt ein gar nicht und auf der anderen seite kann ich nicht hier vielleicht noch was hey oh ach so naja ok hab ich vielleicht noch was ich habe nur einen fertigkeiten punkt aber war kurz das habe ich erhalten hier oder na kam von griff hat eine höhere chance bla 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 auf eine nieder zu strecken ich vermute nicht dass ich hier noch was bekommen habe um irgendein upgrade zu machen ja das sind einfach diese muttern klingt immer komisch wer hat diesen namen erfunden wie nennen wir das mutter mutter ich frage jetzt wie kommen wir eigentlich zurück und wie schnell kann sie bitte schön das ganze anziehen habe ich den bin habe ich schon da voll küchelein ach ich dachte ich dachte es ist ne so ne wand wo man wie komme ich hoch oder gibt es hier was zum schwimmen ja eigentlich irgendwie nicht sehr wahrscheinlich sie ist gerade nicht so ganz also ich kann nur eins sagen wenn man ein let's play macht und das wird immer so sein man übersieht die wesentlichen dinge die es so einfach werden zum beispiel irgendwie kisten die neben einem liegen oder irgendwelche dinge wo man hoch kommt außerdem eben wie gesagt ich stelle das für euch ein bisschen heller ein bei mir ist wirklich ein bisschen dunkel und ich möchte dann irgendwie werden wir wieder irgendwo auch hier so der sehr wahrscheinlich nicht abbringen dürfen wobei ich sehe jetzt hier nichts wo ich durchkommen würde irgendwie nicht das dümmste wäre jetzt wenn so fehlende ausrüstung wenn es so steht ich muss ich komme nur noch hoch wenn ich die ausrüstung hier habe aber wieso komme ich dann hier runter jetzt kommt sie hoch jetzt auf einmal das ist wieder bei diesem komischen klettert parkour damals wenn ich das video nicht angeschaut hat dann könnt ihr so man lange okay ich habe zwar noch gedrückt aber egal ja ich meine dass ab und dann ab und zu eben zum beispiel jetzt jetzt drückt er drückt springen jetzt springt sie nicht warum habe ich nach oben gedrückt und sie springt einfach irgendwo wenn ich ab und zu so ein bisschen seltsam dass ich das übersehen habe hier das scheint eine art primitive skulptur eines menschen zu sein wieder bei lustig aus okay und dass das noch so erhalten ist so sieht ehrlich gesagt gut aus ach ja wir kommen ja von dem wasser her tauchen tauchen irgendwo haben wir uns doch gezwängt nur noch das was ich ja genau hier wieder wieder wird uns erklärt wasser aber dass ich glaube nicht dass die luft da unten wirklich frisch sein können aber ja das macht das natürlich das spiel erleben ist anders als auch wieder immer diese spiele mit luft platan und so wo man durchschwimmen muss und dann bekommt man wieder luft ich kann mir nicht ganz vorstellen dass das in dem richtigen leben funktioniert so ganz für fische ok ja aber für uns menschen die würden wasser verschlucken wir sind wieder da und das hat kurz ein bildfeller bei mir gerade geben hast du nur für eine millisekunde oder sowas ein frame sage ich mal du kommst hier nicht zu egal ich nehme die pistole und schieße euch ab dann halt eben nicht dann halt auf die andere art wir zwingen uns wieder hier durch und gehen auf die andere seite ich weiß ja nicht was hier unser ziel ist wird überhaupt noch markiert wollen wir hier hin müssen ich glaube nicht irgendwie nicht seit wir den falschen weg gegangen sind das wäre jetzt das dämlichste was passieren könnte sie hat das schriftstück da so aus als ist sowieso genommen ein bericht von schönen die die priester der stadt oder die schamanen falls wir zwischen den heiden und denjenigen unterscheiden wollen die im lichte gottes wandeln traten als erste vor sie waren die ersten die zuhörten um mehr über den zustand der außenwelt zu erfahren viele von ihnen fühlten sich daraufhin betrogen und flehten darum getauft zu werden sie kamen völlig zu recht zu dem schluss dass ihr glaube und ihre verehrung der traditionellen gottheiten dieses landes unangebracht waren einer von ihnen formulierte es folgendermaßen wenn euch euer gott vom anderen ende der welt bis hierher geführt hat muss er wahrlich der mächtigste sein und nur ein narr würde sich nicht vor einer solchen wesenheit verneigen wir werden diesen schamanen englisch beibringen damit sie es anschließend die bewohner von paiti lehren können ich dachte hier in paiti lehren sie nicht englisch sondern was anderes aber vielleicht verstehen die englisch anscheinend nochmal schrift von denen ok eine falsche taste um jegliche eskalation einer ohnehin schon heiklen lage zu vermeiden gelten für sämtliche mitglieder von trinity folgende regeln schränken sie ihre besuche der stadt ein verlassen sie das lager nur in kultistenkleidung tragen sie keine modernen waffen vermeiden sie wenn möglich direkten kontakt mit den paiti zianern naja dieses diese schriftstücke die hier einfach komischerweise überall herum liegen was passiert eigentlich wenn ich hier runter falle naja eigentlich würde es nicht ausprobieren aber ist eigentlich euer chef hier auch die türe lässt sich nicht öffnen fehlende ausrüstung oder was einfach ins wasser und dann so komische dinge wieder eine weitere gruppe kinder ist per dampfer aus kahn unterwegs behaltet von den zehn die ich geschickt habe bitte vor allem einen jungen namens amaru im auge er ist von allen am vielversprechendsten zeigt jedoch anflüge von missmut und beklagt sich häufig er würde seinen bruder vermissen ich schlage vor dass ihr für ihn einen speziellen lehrplan erstellt so dass er zu beschäftigt ist um heimweh zu haben er heißt dass er kommt gar nicht von hier oder richter was falsch verstanden das bitteschön können jetzt tun das ist tonatio der sonnengott und gebieter über den aztekischen himmel den sit holland nannten er war buchstäblich die sonne selbst genau genommen die fünfte und herrschte nach dem tod der vier sonnen vor ihm über das fünfte zeitalter die azteken glaubten ihm regelmäßig opfer darbringen zu müssen da er sich andernfalls weigern würde über den himmel zu ziehen er wurde wenig überraschend mit adlern assoziiert und häufig in ihrem gefieder dargestellt er trug dabei entweder pfeile und schilde oder speziell für menschen opfer gefertigte werkzeuge ein bisschen komisch aus aber ja so wir springen trotzdem mal runter einfach weil wir es können so jetzt könnte ich meine dinge aufrüsten die gemahlin von inti tochter von viracucia und mutter der gründer des inka reiches vermutlich ein weiteres artefakt das der kult von den bewohnern patitis erpresst hat ok sieht noch gut aus und hier ist sowas von dunkel ich sehe von was gar eigentlich naja ich könnte meinen monitor relativ schnell hoch halten aber hier leuchtet was ach so das graf wie komme ich einfach hoch und noch mehr und die hier immer diese komischen tränen sage ich mal oder wasser tropfen oder was auch immer das darstellen soll jetzt untergefallen naja ich weiß jetzt falls das ist die falsche richtung nicht so ganz was ich tun soll der party ist auch schon bald wieder auf um sage ich mal eigentlich wollte ich nach oben geht das gar nicht mehr woher bin ich eigentlich gekommen ach und da oder ich bin von da ist gar nicht mehr möglich zurückzukehren hier toll tolles spiel nochmal so ein komisches ding kopulkan gebot mir mich der priesterschaft anzuschließen die götterwelt der patizianer ist ein konglomerat verschiedener kulturen ich muss ihre rituale und ihren glauben studieren um herauszufinden wie wir ihre eigenen götter gegen sie einsetzen können jene die über das wasser kamen sind unaufrichtig und intelligent ich zweifle nicht daran dass die stadt schon bald unter der kontrolle von kugulkan vereint sein wird eine ahnung ist hier weiter geht mein nummer sehr wahrscheinlich irgendeinen raum den ich noch nicht betreten habe irgendetwas was ich vergessen habe irgendetwas was ich übersehen habe und wir sind wieder unten okay soll ich denn hier eigentlich hoch ja ist gut immer noch ein bisschen weiter das war mein handy also ihr habt es nicht gehört sehr wahrscheinlich außer ich habe das mikrofon auf die zur falsche empfindlichkeit eingestellt nicht auffällt hier einer rüberklettert die sagt auch gar nichts wo wir hin müssen das finde ich eben das problem es fällt hier nicht der ist die ich zwar können wir nur hier hin ich weiß aber nicht was wir hier tun sollen vermutlich nach irgendwelchen gemahlenen wenden ausschau halten die ich definitiv gesehen habe weil wir hier gerade ausschauen ich hätte nicht runter gemusst sondern hier entlang aber liebe leute wir sehen das im nächsten part von let's play shadow of the tomb raider also schaltet beim nächsten mal wieder ein wenn ihr euch wunder nimmt was denn da hinten passieren wird also vielen dank fürs zusehen und macht's gut so 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 so